Der Tabellenzweite Bayer Leverkusen ist der nächste Gegner des SC Freiburg in der englischen Woche. Trainer Roger Schmidt lässt sich von den Ergebnissen der Freiburger und Tabellenplatz 15 nicht blenden. Ich denke, dass sie zu Recht gelobt werden. Wenn die letzten beiden Spiele der Schiedsrichter eine Minute früher abgefiffen hätte, hätten sie vier Punkte mehr. Das ist sicherlich sehr unglücklich gelaufen für Freiburg. Deshalb sollte man sie nicht einfach an diesen nackten Ergebnissen bewerten, sondern auch sehen, dass sie die letzten beiden Spiele durchaus auch hätten gewinnen können. Das sieht SC-Trainer Christian Streich genauso und er warnt vor den Stärken der Leverkusener. Eine sehr aggressive Mannschaft, wahnsinnig auf Pressing aus, sehr hart in den Zweikämpfen. Wir müssen körperlich alles einbringen und auch mental, um da bestehen zu können. Aber ich traue es uns zu. Viele Dinge, wo ich den Jungs bis jetzt zugetraut habe, habe ich sie erfüllen können. Das erhofft sich Streich auch für das Heimspiel gegen Leverkusen, obwohl er dabei auf Darida, Mimedi und Sahin verzichten muss. Danke für Ihnen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020